Ich bin Louisa. Ich bin Dahaf. Ich bin Fatima Akbari. Ich bin Fatima Rezoy. Ich bin Fazila Safi. Ich habe vor einem Jahr und sechs Monaten von der Wahljohn kennengelernt. Die Frauen waren in Afghanistan. Die Taliban waren immer zu Hause und sie brauchten unsere Unterstützung. Wir sind zum Beziehungsamt gegangen und haben eine Anmeldung gemacht. Über Sprachen gesprochen und Sprachen lernen und Deutsch lernen und neu in Deutschland sein und sich mit Frauen austauschen wollen, uns ausgetauscht und dann entschieden, dass wir ein Sprachcafé machen wollen. Und das machen wir jetzt seit einem Jahr. Ich unterstütze die Frauen, die nicht zu Hause bleiben. Sie kommen raus und sie lernen etwas. Diese Sprachcafé ist wie eine Vitamine für sie. Sie können schnell lernen. Ich habe schon selbst in der Sprachcafé meine Sprache gelernt. Sie kommen zu uns. Sie machen auch Spaß mit Lernen. Ich komme aus Surya. Ich spreche Arabisch und ein bisschen Deutsch. Mehr als ein bisschen. Ich gehe mit Sprachcafé hier. Dienstag. Ich bin glücklich. Freil, Frauen hier und mit Lovisa und zu. Danke dir. Nicht angeln! Ach, mach ich mir. Kann ich dir? Bis zum nächsten Mal.